Warum nicht? Okay, los. Ufer raus. Wenn du mit diesem Gott verlassen im Müllplatz liegst, hättest du die Austausch-Button für ... Da sind mehrere bei dem Streifen, höchstwahrscheinlich Scharfschützen in den Hütten auf 12 Uhr. Es sind zu viele für einen Frontalangriff. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn wir den Benzinkanister in die Luft jagen, bricht ein Feuer aus. Benzinkanister? Ohioioioioioioi! Was ist, du? Verdammt! Bom! Ich bin genauso berissen, wie ich diesen Wichser kenne. Komm. Einer nach dem anderen. Uh. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Und du? Bist tot. Du hast die Zer 50 Mal geschossen, Dias. Und hast einen getötet. Ich hab 8 Mal geschossen und habe... Ne, 7 Mal geschossen und habe 7 getötet. Also, ja. Wer hat hier Skill? Und wer nicht? Das ist... Die Frage. Verdammt. Boah, leck mich am Arsch. Arschloch. Das hat wehgetan, ey. Das hat wehgetan. Bitch, good mother. Hierher, los. Okidoki, I'm coming, baby. I'm coming. Dann machen wir Maddox doppelten Ärger. Ich den Linken, du den Rechten. Ich den... Rechten. Ah, hier durch geht's. Ah, hier durch geht's. Ok. Mal durch da, ne? Nicht so schnell, Camille Schender. Das ist meiner. Alles okay, Partner. Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Na los, Arschloch. Hast du die Eier, den Abzug zu drücken? Wie du willst. Seh dich auf der anderen Seite, Cole N. Nicht, wenn ich dich zuerst... Guter Schuss, Blattfuß, nur eine Meile da... Heilige Scheiße. Danke. Hoppala. Ich will den Gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben dich gesehen, ich stecke fest. Bin unterwegs. Komm schon. Huh. Warum muss es sich wieder so bewegen? Hierher, los. Wo bist du? Gears. Ah, da vorne ist er. Go, 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 go. Ich komme, mein Freund. Ich komme. Wir müssen ihn einkreisen. Los. Vorsicht. Er ist in diesem Turm. Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung, Cole. Da bist du ja. Alles klar. Schieß auf die Tonnen, er sitzt zu tief. Auf die Tonnen. Auf die Tonnen. Hä? Lol. Lol. Ist doch ein Scherz. Du kannst mir den Gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben dich gesehen, ich stecke fest. Bin unterwegs. Okay, okay, ich komme. Hätteschön. Die oberen kannst du erledigen. Okay, Maddox. Es ist Zeit für die Abrechnung. Weißt du, warum können sie hier nicht speichern? Verdammt. Verdammt. Alter, was für Tonnen. Lass mich verarschen oder so. Nein. Alter. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Leck mich doch am Arsch. Weißt du, wie will ich den töten? Wenn der jede Sekunde schießt und mir 90% von meinem Leben abzieht. Wie will ich ihn dann töten? So, töte ihn. Das ist ein schlechter Scherz, Leute. Das ist ein schlechter Scherz. Ich gehe da zu den Fässern. Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung. Get the fuck away. Da bist du ja. Schieß auf die Tonnen. Er sitzt zu tief. Oh. Maddox hat das Feuer eingestellt. Er muss seine Position wechseln. Unsere Chance. Unsere Chance. Oh yeah. Wir gehen hoch. Ja, jetzt wartet er dann da. Intelligenz-Bestie. Puh. Maddox. Gefahrter Todes hier. Gefahrter Todes hier. Los. Go, 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 go. Sie sehen mich nicht. So, bitteschön. Ist der unten dran? Ja, das ist der. Zack. Zwei Männer links. Erwisch beide. Erwisch beide. Ah. Mann, sind hier viele Truppen, ey. Der muss sehr viel Lohn zahlen, der Junge. Der liebe, liebe Merinov. So, dann glättern wir nachher um. Lieber Anderson. Okay. Rein? Du zuerst. Hm. Wir sehen Maddox nicht, aber im Hof sind Mörser-Trupps positioniert. Wir müssen zuallererst die Minenwerfer ausschalten. Minenwerfer. Wir sind Mörser-Team, Entfernung 550 Meter. Bereit. Das zweite Mörser-Team ist rechts von der Statue. Na gut. Oh, jetzt mit dem Barrett. Schalt die Minenwerfer aus. Was zur Hölle ist. Ah. Wir sitzen fest, solange der Minenwerferbeschuss anhält. Und tschüss. Ah. Alle Mörser ausgeschaltet. Oh, scheiße, was jetzt? Er schickt Scharfschützen rein. Hab ich selbst ausgebildet, so wie du das mit mir gemacht hast. So spielt das Schicksal. Die fragen mich, wie es dir hergehen wird. Auf 12 Uhr 700 Meter. Ah, warum kann ich sie nicht? Geht doch. Zwischen den Felsen 670 Meter. Wo? Und tschüss. Wo? Boah. Like a boss. Kannst du jetzt das Ziel für ein Rohr wegnehmen? Ich kann es nämlich nicht. Das war eine Scheißshow. Ich habe genug. Wird Zeit, dass der Spaß beginnt, Anderson. Du redest zu viel. Hä? Da war er doch gerade. Verdammt. Komm. Komm. Bastard. Muss das sein? Kaum visiere ich ihn an, ist er schon wieder weg. Hoppala. Ich bin an einem Mikro gekommen. Sorry. Oder sind es die Schuldgefühle, die dich daneben schießen lassen? Ist es das, Cap? Möchtest du dir vielleicht was von der Seele reden? Bei all den Gesichtern, die du durch dein Ziel verbringst? Es hätte nicht so weit kommen sollen. Uniform. Razor 3-2. Maddox ist tot. Endgültig. Wir rücken zum Paket vor. Razor, Status bestätigen. Status ist beschissen. Verstanden. Sehr gut gemacht, Captain. Aber Sie sind trotzdem ein Arschloch. Gleichfalls. Was ist das? Liegt am schlechten Umgang. Sowas mach ich nie wieder. Wartet zu Hause irgendjemand auf dich? Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Das war's. Halleluja. Halleluja. So, Salve goes for it to the CEO. Marek Timinski, Executive Producer Bogdan Oprezcu. Ist ein rumänischer Name. Michael Sokolsky, Lead Producer Lukas Janczuk. Lead Programmer Christoph Jakubowski, Technical Director Zoltan Nagy. Senior Art Director Damian Sielinski, Producer Michael Srotzinski. Story Writer Brad Santos, Armand Konstantin, Pavel Wieslowski. Gebt euch ein Schuss, die Story war... Gaga, Gaga. Warsaw Team, Programming Team, Senior Programmers, Jaroslav Sakratzewski, Dominik Pavlik, Martin Suss. Lead L Programmer Stanislav Gromadowski. The Lead Platform Programmer, Norbert Sibor Programmers. Pyotr Beszka, Kamil Zygmuntowicz, Lukasz Ossienik. Graphic Artists Team. Lead Artists. Makiei Blaciejczyk. Mariusz Zelmanski. The CEO Character Artist. Karol Futima. Vegetation Artists. Karol Futima. Lightning Artists. Jerzy Rogalski. Tomasz Jelonek. Krzysztof Olborski. Marek Zepca Trepantz. Technical Artist. Michael Mrozczak. Lead Third Artist. Bartolomei Gabriels. Senior Third Artist. Markin Domanski. Krzysztof Olborski. Christian Pavlik. Markin Kalemba. Third Artist. Artur Persina. Junior Third Artist. Simon Slega. Pavel Krolak. Senior Level Artist. Makiei Blaciejczyk. Level Artist. Tomasz Jelonek. Damian Zempniewski. Junior Level Artist. Jakub Piotrowski. Tomasz Andrzejewski. 2D Graphic Artists. Ah, das album war wahrscheinlich 3D. Tobias Konieschni. G.Y. Artist. Dominik Kajewski. Lead Animator. Raduslav Kozierkiewicz. Senior Animators. Marius Skripczynski. Lukasz Sopata. Piotr Sternicki. Animator. Mikolaj Kravko. Additional Animators. Tomasz Loboda. Krzysztof Novak. Bartolomej Biesikirski. FX Artist. Adrian Kolodziejczyk. Äh, Technical Producer. Mikolaj Pawlowski. Blablabla. Komm, leck mich im Arsch. Ach, fortfahren. Gib bestimmt noch ein Video. Mit doch nicht allen Namen lesen. Na, gib kein Video mehr. Ja, das Let's Play ist zu Ende, Freunde. Das Let's Play ist zu Ende. Ich bin froh. Ich hab das Spiel nicht gemocht, ehrlich gesagt. Ich hab ja auch Zeit für die anderen Sachen. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Okej. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020